In diesem Video will ich euch ein paar Hinweise für Mathe-Abi 2021 im Wahlbereich Analysische Geometrie geben. Es sollte eine Art Checkliste sein, beziehungsweise eine Übersicht über die verschiedenen Themen und Aufgabentypen, die von Bedeutung sein können. Für den Anfang ein paar kurze allgemeine Hinweise. Und zwar, die meisten Themen sind gleich geblieben, auch dieses Jahr. Allerdings haben sich die Schwerpunkte bestimmter Themengebiete leicht verlagert. Und es gibt auch ein neues Thema, die vektoriellen Beweise. Außerdem findet ihr im Abspann auch Hinweise für den Pflichtteil oder den Wahlteil Analyses und Stochastik, sowie Playlists mit Tutorials zu den Themen, die wir hier ansprechen werden. Der Wahlbereich Analysische Geometrie beinhaltet drei bis vier Teilaufgaben oder zwei größere Teilabschnitte. Eine wichtige Information ist die Tatsache, dass diese Teilaufgaben voneinander unabhängig sind. Das bedeutet beispielsweise, wenn ihr mit der Teilaufgabe B Schwierigkeiten habt, könnt ihr unabhängig davon die Teilaufgabe C bearbeiten. Und hier könnt ihr euch 10 von 60 Verrechnungspunkte verdienen. Und jetzt geht's los. In erster Reihe will ich euch eine kleine Übersicht über die verschiedenen Aufgabentypen geben. Die meisten Abituraufgaben beziehen sich auf Figuren und Körper. Darunter natürlich Dreiecke, Parallelogramme, Raute, Rechteck, Quadrat, aber auch Figuren wie Pyramide, Gerade- oder Schiefe Pyramiden, dann Würfel, Quader und natürlich Prismen. Die interessanteren Teilaufgaben können sich natürlich auf Ebenen- und Geradenschaden beziehen, sowie die sogenannten Bewegungsaufgaben. Damit ist natürlich das Modellieren geradliniger Bewegung gemeint, mit verschiedenen Flugobjekten, wie zum Beispiel Flugzeuge, aber auch U-Boote und Schiffe. Wie bereits am Anfang erwähnt, gibt es ab dieses Jahr auch ein neues Thema, und zwar die vektoriellen Beweise. Die könnten ebenfalls ein bisschen für Ärger sorgen. In diesem Zusammenhang spielen Begriffe wie Parallelität, Orthogonalität, die Längen von Vektoren sowie Teilverhältnisse eine wichtige Rolle. Eine kleine Bemerkung noch an dieser Stelle. Bei den Standardsachen werde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Allerdings die Schwerpunkte bei den interessanteren Sachen wie Ebenen- und Geradenschaden, Bewegungsaufgaben und vektorielle Beweise, werde ich versuchen ein bisschen näher zu erläutern. Also, bei der Teilaufgabe A trifft ihr mehr oder weniger auf Grundlagen, und mit minimaler Aufwand sollten das sichere Punkte sein. In dem Bereich ist es wichtig, dass ihr Punkte in ein Koordinatsystem eintragen könnt, um eine Figur festzulegen, Ebenengleichung aufstellen, umformen und zeichnen. Linearkombinationen werden auch benötigt, um Figuren zu vervollständigen, beziehungsweise Mittelpunkte zu bestimmen. Außerdem, der Nachweis für bestimmte geometrische Figuren könnte von Bedeutung sein, gleichschenkiges Dreieck, Quadrat, Parallogramm, rechtwinkliges Dreieck, Trapez und so weiter. Und gegebenenfalls kann es auch dazu kommen, dass ihr die Winkel- bzw. Schnittwinkelberechnung braucht. Das hier ist schon die Stelle, wo vielleicht die ersten Schwierigkeiten auftauchen. Ihr müsst in der Lage sein, zu unterscheiden zwischen der allgemeinen Winkelberechnung und die drei Fälle für die Schnittwinkel. Zur Erinnerung, bei der allgemeinen Winkelberechnung geht es um Innenwinkel von Figuren, bzw. um den Winkel zwischen zwei Vektoren. Und bei dem Schnittwinkel geht es um den Winkel zwischen zwei Geraden oder zwei Ebenen oder Gerade und Ebene. Auch in eurer Merkhilfe, wenn ihr genauer hinschaut, merkt ihr kleine, aber feine Unterschiede zwischen den Formeln. Zum Beispiel bei der allgemeinen Winkelberechnung gibt es keine Betragsstiche um den Zähler. Bei allen drei Formeln für die Schnittwinkel gibt es Betragsstiche um den Zähler. Bei der Teilaufgabe B kann es langsam ernst werden. Es handelt sich meistens um komplexere Aufgaben in Bezug auf Abstandsberechnung oder gegenseitige Lage. Bei der gegenseitigen Lage ist natürlich wichtig die Lagebeziehungen zwischen zwei Geraden, zwischen Gerade und Ebene oder zwischen zwei Ebenen. Bei der Abstandsberechnung in erster Reihe gibt es Abstandpunkt Ebene und das ist das einzige Abstandsproblem, wo ihr unbedingt zwei verschiedene Lösungswege kennen müsst. Und zwar einmal diesen einen Lösungsansatz mit Hilfe eines Lotfußpunktes und dann für die schnellere Berechnung natürlich die hessische normalen Form. Bei Abstandpunkt Gerade, da müsst ihr nur einen Lösungsweg kennen und den immer ordentlich durchziehen. Zum Beispiel entweder dieser Lösungsansatz mit einer Hilfsebene oder das sogenannte Orthogonalitätsverfahren. Genauso auch bei dem Abstand Wiedenschiefergeraden, da gibt es auch mehrere Lösungswege. Merkt euch einen und zieht es durch. In diesem Teil könnten natürlich auch Aufgaben zur Spiegelung und Symmetrie vorkommen. Die wichtigsten Spiegelungsfälle sind natürlich Punktebene, Punktgerade bzw. Gerade und Ebene. Und noch eine kleine Bemerkung. Achtet darauf, wenn Körper schon vorgegeben sind oder man sie selbst in ein Koordinatsystem eintragen muss. Die Skizze, die ihr da habt, ist sehr oft sehr hilfreich bei der Lösung von Abstandsproblemen oder Lagebeziehungen. Also schaut euch die Skizze an und versucht euch das Ganze ordentlich vorzustellen. Abhängig von den jeweiligen Abituraufgaben können hier schon Teilaufgaben mit Ebenen- und Geradenschaden auftauchen. Zum Beispiel, ihr solltet überprüfen, ob sich die Ebenen einen Schaden in eine Schnittgerade schneiden, hier mit blau dargestellt. Und mit ein bisschen Übung kann man das schon anhand der Gleichung erkennen, wenn zum Beispiel so wie hier abgebildet der Parameter A sich nur im Normalvektor befindet. Alternativ kann es auch passieren, dass ihr überprüfen solltet, ob diese Ebenen parallel zueinander sind. Und auch das kann man dann Tatsache erkennen, dass der Parameter nicht im Normalvektor steckt. Weitere beliebte Fragestellungen beziehen sich in diesem Zusammenhang auf die Lagebeziehungen zwischen Ebenen- und Geradenschaden. Beispielweise muss die in der Lage sein zu überprüfen, ob eine Gerade und eine Ebenenschar zueinander parallel sein können. Da geht es nur darum, das Ganze richtig zu interpretieren, mit Hilfe des Normal- und des Richtungsvektors. Wie hier erkennbar müssen sie in diesem Fall orthogonal zueinander sein. Und das überprüfen wir natürlich mit dem Skalarprodukt. Oder ihr solltet beispielsweise überprüfen, ob eine Gerade zu einer Ebenenschar orthogonal sein kann. In diesem Fall müssen diese Richtung- und Normalvektor natürlich vielfacher oder kollinear sein. Und das überprüft man mit folgenden Einsatz, also der eine Vektor mal irgendein Faktor k hier muss der andere Vektor ergeben. Bei der letzten Teilaufgabe beziehungsweise Teilaufgaben ist es ehrlich meistens Glückssache. Es handelt sich um komplexe Aufgaben, wo neben dem vertieften Stoff auch auf viele Grundlagen eingegangen wird. Wie zum Beispiel Abstandpunkt Ebene. Da kennen wir schon dafür natürlich die hessische Normalenform. Allerdings kann es auch passieren, dass jetzt der Abstand gegeben ist und irgendwo in der Ebenengleichung eine Unbekannte steckt, die ihr natürlich bestimmen müsst. Genauso kann es auch mit dem Schnittwinkelberechnung passieren. Ihr habt zum Beispiel eure Formel und der Winkel ist diesmal nicht gesucht, sondern gegeben und die Unbekannte steckt wieder irgendwo in einer der Vektoren. Ein weiteres Thema, was hier in diesem Wahlteilbereich auftauchen könnte, ist das Modellieren geradliniger Bewegungen oder kurz gesagt Zeitortgleichungen. Hier ist natürlich wichtig, Zeitortgleichungen vom Aufbau her zu verstehen und richtig zu interpretieren. In diesem Zusammenhang muss man sehr oft die Geschwindigkeit von all diesen Objekten, die sich geradlinig bewegen, irgendwie bestimmen und dann auch verschiedene Einheiten umformen. Auch hier können natürlich Abstands- und Winkelberechnungen auftauchen und einige der schwierigen Aufgaben sind es, diese Zeitortgleichung selbst aufzustellen, wenn zum Beispiel die Geschwindigkeit gegeben ist. Außerdem können auch ein paar grundlegende Sachen hier auftauchen, wie die Lagebeziehungen zwischen Geraden bzw. Geraden und Ebenen. Und mit Sicherheit als letzte Teilaufgabe ist natürlich möglich, dass auch ein vektorieller Beweis ab dieses Jahr vorkommt. Zur Erinnerung, es gibt Beweise in Hinsicht auf Parallelität von Vektoren. Das können wir dann nachweisen mit Hilfe der Vielfachheit oder Kollinealität. Es gibt Beweise für Orthogonalität, dafür ist natürlich das Skalarprodukt zuständig. Für Längen, da habt ihr zum Beispiel diese Formel, die sehr wichtig ist bei vieler vektorielle Beweise. Oder in Bezug auf Teilverhältnisse. Das bedeutet, ihr teilt Längen von Vektoren und kriegt entsprechenden Verhältnissen raus. Und nicht vergessen, alle dieser Beweise könnt ihr nur durchführen, wenn ihr in der Lage seid, Linearkombinationen richtig zu benutzen. Ich hoffe, dass euch diese Zusammenfassung eine kleine Übersicht über die möglichen Themen geben könnte und wünsche euch natürlich viel Erfolg.